Servus und Hallo, hier ist der Videospieler und ich spiele weiter Annas Quest. Ich habe jetzt hier die Symbole von den Fenstern auf die Orgel-Tasten geleuchtet. Und jetzt muss ich nochmal zu den Baumstammen zurück. Da sind dann die Symbole, die ich benutzen muss, verzeichnet. Genau, die gucke ich mir an und schreibe ich die mir auf. Das sind die drei Ebenen der Orgel, denke ich mal. Und jetzt male ich mir das einfach mal auf hier. Die sehen alles sehr relativ ähnlich aus. Das ist jetzt nicht sehr entertainend, was ich hier mache, aber das muss ich halt machen. Und dann kommt eins da oben. Und nochmal das... Achso, schauen wir mal. Ich habe meine Symbole, jetzt probiere ich das mal hier auf der Orgel. Und hoffe, dass es mir nicht wieder abstürzt, wenn ich jetzt die richtigen Tasten drücke. So, jetzt schaue ich mal, ob ich die hier alle habe. Und das wäre der Erste. Dann der Zweite. Das ist der Dritte. Das ist der Dritte. Vierte. Fünfte. Sechste. Sechste. Siebte. Ja, das ist das Siebte. Boah, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich hatte schon gesagt. Siebte und dann der nochmal. Also gut. Oh, das ist gut. Sehr gut. Ich denke, dass ich das besser bin. Oh, ja! Ich denke, dass ich etwas gemacht habe. Aha! Starrs above. Ich glaube nicht. Du... Du... Du hast es geschafft. Du hast die Tür örtet, junger Junge. Nach all diesen Jahren, du hast es geschafft. Schau mal das! Stairs! Das muss die Belltower sein, richtig? Das kann nur sein. Die Störer zu den Reddragons Bellen selbst. Oh, wie spannend! Du willst nicht sehen? Komm schon, ich weiß, dass du sterben muss, um sie zu sehen. Oh, nein. Nein, ich kann nicht. Ich bin ein bisschen nervös, ich denke. Das ist ein Moment, ich muss sieben und sieben. Geh, junger Junge. Ich werde hier warten für dich. Ich werde sicher irgendwas über die Bilder gefragt. Irgendwas muss ich mit den Bildern anfangen. Die Dragons Bellen. Wie haben sie es geschafft, ohne eine Rope zu rechnen? Hm. Es scheint, dass ich das nicht erreichen kann. Ja, ich weiß ja schon, wie ich das machen muss. So. Jetzt? Ich weiß es nicht, ob es funktioniert hat. Oh, ich weiß ich etwas. Ich weiß, dass ich etwas zu verneheir. Danke, hier ette. Oh, ich weiß. Ich denke, ich sehe etwas! Das ist, dass ich etwas hinweist mich. Ich denke, ich sehe etwas hinzuziehen. Das ist, dass, dass etwas nach mir läuft. In der Gesteine... Oh, ich denke, es ist auf mich verfordert. Ich muss nur auf das Glocke gehen, du hast, und... Oh, mein Lieber... Sie scheint ein bisschen verrückt zu sein... Kein Ding! Oh, das ist mir da? Oh, natürlich! Diese kleinen Mann, ist er... ist er dein? Auf ist es. Es ist... es ist für meine Familie, auch. Oh, danke! Danke sehr, sehr, sehr viel! Das war unglaublich! Ich kann dir wirklich nicht genug bedanken, Red Dragon. Ich muss nur schnell etwas suchen, und dann können wir gehen, okay? schnell etwas suchen. So, da ist ein Haus. Lauf mal da hoch. Oh, ist das Licht? Nein, Crank? Ah, verrückt! Und... was habe ich hier wieder gemacht? Oh, was ist mit dem? Ich... ich habe mich gefragt... Nein, du kannst es nicht haben! Wow, aber... Huh? Ah, du wieder? Ich habe gesagt, nein! Geh nach Hause! Aber, Herr... Du wirst nicht mehr wissen, was ich gekommen bin! Also... Oh, ich... Ich brauche eine Rose. Eine spezielle Rose von der Topf dieses Mountain. Eine Rose? Aber... ich dachte, du bist hier für... Hm... Nein, du kannst es nicht! Jetzt gehst du für immer! Aber... du kennst du wo die Rose ist, Herr? Natürlich! Ich habe ihn richtig... Warte... Nein, nein, keine Idee! Nein, Rose ist hier! Jetzt gehst du! Geh nach. Huh? So cool. Du bist hier in der ersten Annenlie mit der Eszterung. Ich würde sie sagen. Ich habe dich dann wieder kaputt. Ich bin zurückgebe. Ich bin dann wieder raus! Lass dich mit meinem Beinein! Anyways, du hast es heute geredetzt. Dann gehen wir mal da hausen rum. Das ist so lange, lange Weg. Drakens sind sicher sehr einfach. Ich will nicht wirklich das Portrait mit allem benutzen. Ich hoffe, dass ich die Menschen finden kann. Ich habe nicht so schrecklich viel. Nock in the mountain? Ich kann nicht irgendwas mit ihm tauschen. Schere, Schere in das Haus. Macht irgendwie auch keinen Sinn. Das ist wahr. Du meinst, der Drogen? Sie ist wirklich lebendig. Ja. Sie haben ja schon rausgefunden. Ja. 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 niemand mehr geflogen, jetzt... Hm. Wenn ich da jetzt hinter den Steinen stehe... Hm. Wer ist es? Was ist hier passiert? Woher gehst du? Du! Ich sehe dich dann hier... Geh weg! Okay. Ich muss hier einfach abwarten. Äh... Nichts. Ich habe es abwarten! Ich weiß, dass ich es abwarten! Ich weiß, dass ich es abwarten! Ich weiß, dass ich es abwarten! Rink Crank! Er ist nicht verrückt, nein! Entschuldigung! Er hat es abwarten! Ich weiß, er hat es abwarten! Nichts. Sie sprechen. Sempre sprechen. Oh, oh, Rink Crank! Das crazy, crazy Rink Crank! Errrr!! Errheh! Errrr! Er-er-erh! Got you! Err... Oh, my. Err-erh! 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 Ich nutze ein Moment und... Err-erh! Mr. Calm down, please. Okay, that's better. Mega-freaking-mega. Alright, now, sir, I don't mean to cause you any trouble. My grandpa, he... he's really sick. I don't care. Why should I help you? You're just a pesky little trespass in the air-do-well. You know, I... I think you know what it's like being up here all alone. See, if I didn't have my grandpa, I'd be completely lost. I wouldn't know what to do. No! Stop trying to appeal to my emotions! I don't have any... And if I don't find the rose soon, I... I'll be all alone too, sir. Hmm, if I give you the rose, will you just leave me already? If you really want me to, then yes. Forever and ever. Fine, fine, fine. Open this window already. Hmm... 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 Thank you so much, Rink-Rank. You have no idea, how much this means to me, really. Hmm... Hmm... I don't care. Go, scram! Okay. Meanwhile, my dear. It was something... something about me being brave. No, wait. That's all my stories. Wait! Yes! That's it! By Jove, I remember now! The story about the thieves! Now, okay. And there I was. The band of thieves all around. Their eyes on the royal jewels. Oh, yes. That's right. This story gets better every time you tell it, I think. And just then, as I raise the sword, like glinting right off my steel... Sir! More reports just in! Wait! No! Wait! Not at this bit again! You always ruin it for me! It's the girl again, sir! She's been spotted just now! She was seen making her way to the alley behind the church, sir! By the stars! She must have walked right past the tavern! The nerve! Ah, also, sir! It is said she arrived in the town with a different ally, sir! Uh, I... I should probably, uh, bid you farewell now. A strange mustachioed gentleman was the witness's description, sir! The devil? An ally, you say? Oh, dear. And even though he didn't like having his beard trapped, he was forced to sit still for just a second to hear me out. I didn't take you for the violent type. But... No, that's... Oh... You don't think that's violent, do you? Hush, hush. I'm teasing for goodness sake. That's it! We have all the items, finally. Alright! And we can make the cure now, right? Indeed, yes. Ha ha ha. A cure indeed. Let's begin. For what was forged, suppress the malign. For what I reflect. Return what is mine. Feel me. I... I'm sorry. Now, to finish what I started, child. No. 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 It can't be. M... Madam? Oh! Your Highness! Huh. Since you incompetent monkeys are incapable of doing your own job, I've followed the wanted criminal and apprehended her myself. Now, seize her at once. Yes, Your Highness! At once! Highness? Throw her into the dungeons. Uh... Huh. There's like a heck of dizzy guys too. Despite all of Anna's brave efforts, the Witch's trickery prevailed. All was for Winfrieda's gain. And now, somehow under the Witch's command, the guards tore the newly forged friendship apart. Plead as she might, the girl was taken away and locked in the depths of the darkest of dungeons. In this most dire of hour, Anna could not help but lament. For her hopes for a cure had been all but dashed. Hey, Opa, hello. Oh, you're back from the village. Anna! Where were you? Grandpa, we've been through this before. You know how I feel about you being out at night. But I'm fine. You don't have to worry so much. I do. I really do. If only you knew what lurks outside the farm. What evils there are in the world. What they've done to... Grandpa? I'm alright. I'm alright. Are... Are you okay? What happened? Please... Just... If you could... I could find some medicine from the cabinet. I think that's for a key's medicine. Oh no! It's locked! The key... It's... The fireplace. The fireplace. The fireplace. The fireplace. The fireplace. The fireplace. Where is it? Oh, I don't see it. Ah, here! I can't... Quite... Reach. Ah, got it! Can I tell you what it is? Here, quickly! Anna... You have to listen to me. I... I know you feel like you have to find help. But... Whatever happens, you must always be careful. Well... What do you mean? Always be wary, Anna. Of everyone. Of everything. The world is tough. But you... You must be even tougher. Grandpa! Don't ever forget what I've told you. Remember... However near... Or far we may be. In our hearts, we... Carry our family. Oh, yeah. A damsel's wager with the devil. Kapitel 4. Grandpa? What have I gotten myself into now? I thought I was helping, but... But all I've done is made things worse. I've only helped Winfrieda with whatever wicked plans she has. And now... Ben is gone and I... I don't know where they've taken him. Now I... I can't save you anymore, Grandpa. I should have been more careful, like you said. I should have listened. I... I... Winfrieda. I'm sorry, Grandpa. Grandpa? Winfrieda? Anna? 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 Is that you? Huh? Y... I'm Anna. How did you... Who's there? Oh, my. You poor, poor girl. Oh, then it really is happening. Winfrieda must have already tricked the king. Which can only mean... Hey, old man! Quit your yapping! Winfrieda? But... How do you know all of this? Who are you? Anna? Listen to me. You must be strong. I know things look dire. But there is still hope. I know all about you, my dear. You... Your grandpa... Winfrieda... You see... I am. I said shut it! I'm warning you. But mister... I'm trapped in a prison. What can I possibly do now? What you've always done, my dear. Persevere. Find me. Whatever it takes. I have to tell you. You need to know that... Jeez, what part of shut it don't you get, huh? One more word out of you. Please, hurry! Well... Oh, okay. I'll do it. I'll come find you. Somehow. A good old dirty dungeon grade mattress. Who knows what bugs are in it? If you like to watch me, then watch my other videos, subscribe to my channel, follow me on twitter, or support me financially on patreon. Thank you!